Die Anzahl von Angeboten von Services und Diensten im Kontext von Web 2.0 und neuen Internetformen sind derzeit wirklich vielfältig und bunt. Letztlich kann man eigentlich sagen, so vielfältig wie das Interesse von Menschen ist, sich auszutauschen, zusammenzuarbeiten, Ideen zu entwickeln und umzusetzen, so vielfältig sind eben auch die Dienste, die dort angeboten werden. Wir haben Möglichkeiten, etwa Inhalte zu sharen, wie wir dazu sagen, also zu teilen, zwischen Menschen zugänglich zu machen. Das können einfache Texte sein, das können Videos sein, das können Bilder sein. Wir haben aber auch die Möglichkeit, persönliche Geschichten zu erzählen. Das, was man klassischerweise vielleicht in einem persönlichen Tagebuch gemacht hat, besteht heute als Möglichkeit, etwa in einem öffentlich-frei zugänglichen sogenannten Blog der Welt zu erzählen, was man denn eigentlich den ganzen Tag so ganz Interessantes als Person, als Individuum oder auch als Institution denn gemacht haben kann. Oder ich habe die Idee, für ein bestimmtes fachliches Thema eben eine Enzyklopädie aufzusetzen. So ist man mit Technologien, wie sie etwa im Bereich von sogenannten Wikis unterwegs sind, sehr gut bedient, schnell verfügbar. Und die Welt kann mithelfen und dabei mittun, denn eine entsprechende Enzyklopädie aufzusetzen. Was ich damit sagen will, ist, die Angebote und Dienste sind vielfältig und sehr bunt. Man könnte jetzt zunächst mal vermuten, das ist ein Stück Beliebigkeit, die denn da gegeben ist. Letztlich ist es sicherlich nur so, dort, wo es einen Bedarf und ein Interesse gibt, dort haben Menschen entsprechende Technologien und Dienste entwickelt, die Nachfragen oder eigene Interessen halt eben unterstützt haben. Ich glaube, es gibt keinen Markt, der so gnadenlos ist, letztlich wie das Internet. Es gibt unzählige Angebote. Und wenn sie nicht genutzt werden, sind sie auch genauso schnell wieder letztlich verschwunden, wie sie hochgekommen sind. Und andere Angebote leben ganz hervorragend, auch in bester Qualität und entwickeln sich dynamisch weiter, obwohl sie vielleicht von sogenannten Experten der Szene schon längst und von Anfang an einfach als sehr kritisch und kaum entwicklungsfähig eingestuft wurden. Letztlich ist es ein Konglomerat aus verschiedenen Interessen, die über Technologien bedient werden, die im Übrigen auch nicht unabhängig voneinander sind. Das ist vielleicht ein Aspekt, der auch nicht unterschätzt werden darf. Dass man bestimmte Dienste und bestimmte Services, die es im sogenannten Web 2.0 gibt, etwa Flickr, wo sie ihr persönliches Fotoalbum veröffentlichen können, YouTube, wo sie ihre Videos veröffentlichen können, oder Blogs, wo sie halt eben über sich selbst in einem Online-Tagebuch schreiben können und, und, und. All diese Plattformen sind alle, wie wir dazu sagen, interdependent. Das heißt, sie haben eine wechselseitige Abhängigkeit voneinander. Wenn sie das Interesse haben, viele Menschen zu erreichen, viele Menschen für ihr Thema zu begeistern, wissen sie nicht so genau, in welchem der sozialen Netzwerke, die es gibt, in welchem sind denn die Menschen eigentlich genau unterwegs. Diese Frage haben etwa die Macher solcher sozialen Netzwerke sehr früh erkannt und haben es geschafft, über bestimmte eindeutige Erkennungsparameter die Daten zwischen diesen Netzwerken nicht auszutauschen, aber erkennbar und findbar zu machen. Das heißt, ich suche eine Person, ich weiß nicht, in welchem Netzwerk sie ist, ich kann sie aber über entsprechende Suchmechanismen finden, weil diese Dienste sich wechselseitig die Daten auch zur Verfügung stellen und suchbar letztlich auch machen. Wenn ich heute Fotos in Flickr einstelle, kann ich sie im nächsten Augenblick in meinem Blog mit benutzen. Wenn ich Lerninhalte beispielsweise in meinem Blog einsetzen will, kann ich sie, wenn es etwa ein Lehrvideo ist, auch sofort auf YouTube wiederum zur Verfügung stellen. Der Charme dieser Dinge ist, wir verknüpfen Dienste miteinander, die teilweise unterschiedliche, teilweise auch gleiche Zielgruppen bedienen, aber je stärker diese Dinge vernetzt sind, und das ist genuin für alle Dienste, die im Kontext von Web 2.0 entstanden sind, desto mehr Nutzer können potenziell letztlich damit arbeiten. Im Übrigen kann ich das natürlich auch umgekehrt regulieren. Es geht nicht nur um die Frage von Offenheit von solchen Netzwerken, von Web 2.0-Diensten, es geht auch um die Frage von Geschlossenheit. Nicht jede Institution ist begeistert davon, dass ihr Wissen, dass sie in einer Wikipedia beispielsweise veröffentlichen möchte, dass plötzlich die ganze Welt dieses Wissen hat. Für manche Unternehmen wäre das geradezu schädlich, wenn so etwas geschehen würde. Trotzdem könnten sie ein Wiki nutzen, um Firmen intern, unternehmensintern oder auch einrichtungsintern ihr Wissen trotzdem zu sammeln und nur einem geschlossenen Benutzerkreis, etwa allen, die an einer Kita tätig sind oder allen Lehrerinnen und Lehrern einer Schule, nur diesen in einem geschlossenen Benutzerkreis zugänglich zu machen. Die Verknüpfung mit anderen Diensten, die dann wiederum frei zugänglich sind im Übrigen, ist davon nicht ausgeschlossen, sondern ganz im Gegenteil. Diese Chancen bestehen nach wie vor. Was sind die Vorteile jetzt von diesen ganzen Web 2.0-Technologien? Warum sollen Personen, Einzelpersonen oder Institutionen, ob sie jetzt Kita sind, Schulen, Bildungseinrichtungen oder was auch immer, warum sollen diese solche Technologien letztlich eigentlich solche Anwendungen wirklich nutzen? Die Frage, vor der wir heute eigentlich stehen, ist nicht, ob Informationen existieren, wie man es vielleicht vor zehn Jahren noch hatte. Da muss erst mal viele Dinge neu entwickelt und neu geschrieben werden und dann im Netz verfügbar gemacht werden, damit man sie dann findet. Heute haben wir eher das Problem, zu wissen, wie findet man sie und dann auch natürlich noch optimalerweise zu bewerten, wie gut oder wie schlecht die Qualität denn eigentlich der gefundenen Information schlussendlich ist. Wenn ich meine Studierenden in meinen Vorlesungen frage, nach einem bestimmten Begriff oder einer bestimmten Definition und sieht das dann, was nicht selten vorkommt, leider nicht direkt auf Anhieb wissen, kriege ich meistens dann von den Studierenden genau eine Antwort. Moment, ich google mir das gerade mal im Internet zusammen. Es ist richtig, Google steht sicherlich für ein Synonym, für eine extrem performante Suchplattform, für eine Suchmaschine, die es uns ermöglicht, sehr einfach Zugang zu Informationen zu finden und zu haben. Die Frage aber nach der Qualität der Informationen, die angeboten werden, die Frage nach der Reihenfolge, welche Informationen stehen ganz oben auf der Trefferliste und welche kommen auf Platz 953.758. Vielleicht ist das ja genau die Information, die für Sie in Ihrem Kontext wichtig ist. Diese werden in der Regel erst mal über solche Suchmaschinen nicht beantworten, sondern werden ihrer persönlichen Kompetenz und ihrer Entscheidung und Informationsfindung überlassen. Um mit diesem Problem im Rahmen unserer sich ausbildenden Informations- und Wissensgesellschaft Herr zu werden, bietet sich zunehmend an, über Plattformen, komplexe Plattformen, dass mehrere Institutionen gemeinsam Inhalte denn auch anbieten. Nicht nur, dass ich Inhalte halt eben über Suchmechanismen finde, sondern dass über solche Plattformen von Experten ausgewiesene und vorab überprüfte Inhalte so gerenkt und so auch ausgewiesen werden, dass ich als Endnutzer die Frage, welche Qualität hat es und wo finde ich es denn? Mit einer definierten Domäne und von einem bestimmten Gremium von Wissenschaftlern, von Personen aus der Praxis und auch von Funktions- und Amtsträgern denn geprüft, gesagt bekomme, jawohl, hier kann ich mich darauf verlassen, hier steckt eine hohe Qualität im Informationsangebot dahinter. Solche Ansätze, wir bezeichnen das sogenannte Information Sharing, also das Teilen von Informationen in virtuellen Netzwerken hat in vielerlei Hinsicht einen Charme. Auf der einen Seite für den Endnutzer, weil er in der Tat sich ein Stück weit darauf verlassen kann, geprüfte, qualitativ stabile Informationen zu bekommen, aber auch für den Anbieter, weil man letztlich auch unter Kommunikationsgesichtspunkten, unter Aspekten von Marketing, sich selbst als Marke, als Entität nicht verliert, sondern sich darstellen kann, gleichzeitig aber auch sein in der Regel immer auf einen bestimmten Schwerpunkt oder bestimmte Schwerpunkte begrenztes Portfolio um andere Inhalte ergänzen kann, ohne dass man da jetzt gleich die tollsten Konkurrenten mit reinnimmt oder mit Institutionen zusammenarbeitet, mit denen man ohnehin thematisch kooperiert. Virtuelle Systeme bieten die Chance, gerade physisch an unterschiedlichen Standorten und mit unterschiedlichen Inhalten, denn ausgewiesene Institutionen, denn für den Endnutzer über eine einfache Art und Weise zugänglich zu machen, es bereichert letztlich das individuelle Angebot und auch das institutionelle Angebot und es ist ein hervorragender Service und ein großartiger Effekt für den Endnutzer. Denn machen Sie sich nichts vor, ob Sie es letztlich in einer virtuellen Umgebung gemeinschaftlich anbieten oder ob Ihre Endnutzer, weil Sie Fragen haben, über Google und Yahoo suchen. Der Effekt wird doch hinten raus so sein und sollte doch so sein, dass doch Sie ein qualitativ hochwertiges Angebot bieten und die Entscheidung, welche Inhalte gut sind, doch bitte nicht den großen Suchmaschinen überlassen werden sollte, sondern Sie als Institution sollten das gemeinschaftlich tragen.